so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und ich hatte gerade noch besuch vom falco wer das ist warum der hier war was da los ist das erfahrt ihr morgen im video ich kann nur so viel dazu sagen wer den wer die letzten live streams verfolgt hat wird vielleicht eine ahnung haben und das ist ein zuschauer der war jetzt hier der ist jetzt wieder heim also der fährt jetzt heim jetzt ist es kurz nach vier der fährt zweieinhalb stunden was wir gemacht haben was wir erlebt haben alles drumherum habe ich extra ein video drüber gemacht ganz spontan fragt wollen wir ein video draus machen hat er gesagt wenn du magst beste idee war einfach da ein video draus zu machen in der zwischenzeit gab es neue infos zum go fest beziehungsweise zu den wochenbelohnungen vor dem go fest es war ja schon angekündigt dass wie bei der nostalgie forschung wo immer eine woche lang eine nostalgie forschung war mit bestimmten aufgaben bestimmten forschungen bestimmten pokémon bestimmten spawns wird es zur einstimmung für das go fest natürlich auch drei wochen lang besondere forschungen geben besondere aufgaben besondere boni irgendwas keine ahnung wenn ihr in die in game app reingeschaut habt habt ihr so eine in game app wenn ihr in die in game news wenn ihr in game einfach geschaut habt ist ein fenster aufgeploppt was euch kurz was erzählt hat ohne weitere details bekannt zu geben wenn man aber auf die offizielle pokemon go live.com seite geht steht einfach mehr ist besser aufgeschlüsselt jetzt hat auch pokefans hier einen artikel dazu gemacht was ich schön finde dass das immer hier auch so schön abgegrenzt erste woche zweite woche dritte woche finde ich schöner geordnet auch besondere sachen hier einzelne artikel noch mal dazu palim palim ihr seht wenn man da drauf drückt kommt man zu einem extra beitrag direkt über dieses pokémon mein mmo hat auch was gemacht obwohl ich finde dass die mein mmo der beitrag irgendwie ja die seite ziemlich überladen ist hier die ganze auto werbung hier rechts ist überall werbung hier steht dann was dabei wenn ich mir die beschreibungen anguckt was ist neu bla 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 und dann hier neue pokémon befristete forschung dicke belohnungen dicke belohnungen wer schreibt so was in einen in so einem artikel wann was wie wo eins zack das ist besonders woche zwei ist mir ein bisschen zu nerven aufreibend dieser artikel gerade obwohl ich sonst auch immer mich darauf beziehe dass da steht auch alles drin sieht aber so ein bisschen lieblos aus deswegen werde ich mich heute mal auf den artikel von pokefans punkt net beziehen hier habt ihr zwar auch werbung aber das sind ja nur werbung für andere artikel die nebenbei sind denn es gibt wie gesagt drei wochen vor dem go fest die besonders werden die erste woche wöchentliche fähigkeitsherausforderung zum go fest diese herausforderung wird am dritten juli um 8 uhr morgens beginnen und geht bis zum achten juli 22 uhr also vom dritten bis zum achten ihr seht das ist bald ihr könnt euch schon mal vorbereiten eine befristete forschung mit drei aufgaben und belohnungen wie pico länder einem fliegenden pikachu einem sternen stück und vieles mehr was bitteschön ist pico länder das können wir hier nachgucken das ist ja genial das ist einfach eine es schwimmt besser als es fliegen kann am liebsten taucht es ins kühle nass ab um torfmoos seine leibspeise zu essen ist auf jeden fall von gen 5 bugedex nummer 580 ist neu finde ich ganz niedlich so pico länder warum nicht ist als ein neues pokémon das pikachu da wird sicherlich ein normaler artikel da sein was pikachu ist hier sogar fresla pikachu ja kann man auch drauf drücken fresla pikachu wer hat ein fresla pikachu ich habe bisher nur eingesehen der gesagt hat er hat eins also es gibt eine forschung wo ihr pikulende bekommen könnt wo ihr fliegendes pikachu bekommen können was bitteschön ist ein fliegendes pikachu hat das flügel ist das batman ein batman pikachu ich weiß es nicht sternstücke mehr wenn jeweils eine million trainer der drei teams die forschung abschließt werden folgende pokémon freigeschaltet für das go fest ihr müsst also alle wieder mitmachen viele haben sich ja schon gefragt was beim go fest für spawns kommen jetzt haben wir drei spawns für das go fest wenn die trainer das baby geschrei im hintergrund wenn die trainer aufgaben abschließen wird es also palim palim geben zum go fest vermehrt als born was auf jeden fall cool ist es gibt auf jeden fall ordentlich sternen staub wenn ihr palim palim fangen ihr bekommt marmolita was meiner meinung nach nicht so cool ist aber kann man ja mal mitnehmen ihr bekommt chanera was ja auch shiny sein kann deswegen freuen sich da vielleicht viele wenn sie noch ein shiny chanera brauchen dann ist eine andere seite die brauchen wir jetzt nicht ich ziehe das mal hier hinter damit ich nicht immer woanders drauf kommen wenn man die wöchentliche befristete forschung wöchentliche fähigkeits herausforderungen zum go fest abschließt erhält man die top fähigkeits herausforderungen zum go fest dies umfasst schwierigere aufgaben und ist optional pokémon vom typ flug und pokémon mit party hüten erscheinen in der wildnis neue pokémon die pokémon die wir schon immer gesehen haben mit party hüten das klingt schon wieder richtig schrecklich erscheinen in der wildnis schlüpfen aus eiern und tauchen in raid kämpfen auf in dieser woche also wenn das neue pokémon sind obwohl gut hier steht ja nichts mit shiny solange es keine shiny party hüte gibt die man noch nicht hat ist das eigentlich egal dann schlüpft die halt nebenbei aus eiern oder irgendwas keine ahnung ich hoffe das sind dieselben wie sonst immer beziehungsweise eigentlich hoffe ich es nicht eigentlich hoffe ich es ist was neues damit man noch mehr kostümierte pokémon hat dusselgur erscheint zum ersten mal in seiner schillernden variante das wird auf jeden fall interessant dusselgur hat mir eben der falco nämlich auch noch gesagt da brauche ich aber mehrere mit drei stück ist die familie da noch nicht voll weil habt ihr mal faser noob entwickelt das männliche und das weibliche faser noob haben einen riesengroßen unterschied das eine hat einen braunen bauch das andere hat einen grünen bauch und rote einen roten kamm der nach hinten geht ganz eindeutig sieht aus wie eine mütze die er auf hat und ein anderer hat keine mütze auf und ganz anders farbigen bauch könnt ihr mit hippopotas männlich weibliche vergleichen ungefähr also da würde es sich lohnen wirklich männlich und weiblich als shiny zu fangen und vielleicht die familien ich weiß nicht inwiefern die normale form ach hier ne vielleicht hat er auch einfach nur ein navitaub gehabt und ein faser noob und das war das problem wir gehen mal kurz auf faser noob faser noob faser noob wir gehen zurück auf jeden fall schillerndes dusselgur ist eigentlich ganz interessant pikulende erstmals in der wildnis und in fünfe eiern fliegende pikachu in der wildnis mit glück auch schillernd also wieder ein neues pikachu die forschung zum durchstarten wird für spiele erneut veröffentlicht die diese forschung im letzten jahr verpasst haben das finde ich schade und dass das halt nur für die spieler die es verpasst haben veröffentlicht wird und nicht für alle noch mal dass die die wirklich aktiv sind es noch mal mitnehmen können auch noch mal einen boost bekommen richtig coole belohnungen dass nur leute die es verpasst haben belohnt werden und es noch mal machen können ich meine gut neue spieler hatten nie die chance aber warum es hat schon irgendwo seinen sinn und zweck glaube ich mal es gibt eine überraschung wenn man einen schnappschuss macht das natürlich auch genial zudem wird ein spezial raid wochenende mit hoho am 6. juli ab 8 uhr bis zum 9. juli um 10 uhr stattfinden finde ich jetzt eigentlich nicht so krass für neuere spieler oder leute die es verpasst haben vielleicht ganz cool hoho ist ja eigentlich ein starkes pokémon fehlt vielleicht einige noch als shiny ich brauche es eigentlich nicht mehr trotzdem freue ich mich auf pikulende ich freue mich auf das pikachu shiny ich hoffe die spawns werden alle veröffentlicht damit man eben schön palim palim farmen kann und chanera shinies noch ein paar mitnehmen dusselgur shiny mitnehmen die forschung bin ich mal bin ich mal gespannt was das wird und vor allem auch die erweiterte forschung diese profi forschung klingt auf jeden fall schon mal interessant für die erste woche was gibt es in der zweiten woche vom 10 juli bis 15 juli werden eure kampffähigkeiten auf die probe gestellt es gibt folgende boni eine befristete forschung mit drei aufgaben und belohnungen wie ab soll kickli und einem super rocket radar ab soll wisst ihr ja bescheid kann natürlich auch shiny sein kickli kann nicht shiny sein steht auch nichts weiter da warum ausgerechnet kickli wieso nicht kickli und nokchan kein nokchan nur kickli aber trotzdem generation 1 cooles pokémon und dann wieder diese drei team aufgaben wo es diesmal kastadur alola slimer und alola knogger gibt das ist auf jeden fall richtig interessant also das kastadur nicht das gab es ja schon im feldforschungs durchbruch jetzt das kann man weg machen viele würden sich sicherlich noch über ein shiny alola slimer freuen das wild zu fangen es gab ja auch schon alola sandan und alola wulpix wild bei vergangenen safaris oder go festen jetzt alola slimer aber das heftigste wird wohl sicherlich alola knogger sein wenn das als spawn wild auftritt ich habe damals ewig rumgeknirrt um da ein shiny zu bekommen das war auch richtig schwer zu besiegen im raid ich hatte vier accounts und es war immer ganz knapp aber mittlerweile würde die welt anders aussehen aber shiny alola knogger das wäre auf jeden fall ein richtig fettes teil wenn man die wöchentliche befristete forschung wöchentliche kampf herausforderung zum go fest abschließt erhält man die top kampf herausforderung diese umfasst schwierigere aufgaben ist optional am 12 juli findet von 11 bis 14 uhr ein kampfevent statt genaueres ist noch nicht bekannt bei dem anderen gibt es also ein ho-oh wochenende und hier gibt es ein kampfevent was aussieht in dem sinne wie ein raid tag der drei stunden geht von 11 bis 14 uhr was genau aber da auf den raids sitzt nokchan weil ist ja nur kickli drin gewesen muss ich aber sagen bis jetzt interessiert mich eigentlich die also finde ich die erste woche erstmal heftiger mit einem neuen pokémon mit einem neuen shiny mit einem zweiten neuen shiny wochenende wochenende hier eigentlich nur alola knogger interessant für mich obwohl ich schon ein shiny habe finde aber den spawn dann heftig wenn man den fürs go fest freischaltet aber der ist ja in der zweiten woche noch nicht da der wird ja dann nur fürs go fest freigeschalten also habt ihr eigentlich nur ein paar kampf aufgaben mit absol kickli und so ist also die erste woche meiner meinung nach richtig heftig bei der zweiten lässt etwas nach die dritte woche vom 17 bis 22 juli dreht sich alles um freundschaft hierbei wird wohl ein besonderes augenmerk auf das verschicken von geschenken mit stickern und auf kumpel pokémon gelegt es gibt folgende boni eine befristete forschung mit drei aufgaben und belohnungen wie alola raichu lil minip einem glücksei und vieles mehr alola raichu sieht ja als shiny einfach nur mächtig braun aus eigentlich richtig ungesund ist vielleicht auch für viele noch interessant ich finde knogger alola knogger eigentlich noch interessanter raichu aber trotzdem auch interessant habe ich auch als shiny war natürlich leichter weil das immer ein 3er raid war aber was ist lil minip ein neues pokémon wird auch das erste mal eingeführt ja nimmt man mal mit kann sich wohl auch entwickeln hier gucken wir uns jetzt aber nicht an da lassen wir uns überraschen dann wieder drei teamaufgaben wo ihr dann togetik dratini und lichtel bekommt togetik wild ist auch was seltenes was man so nicht bekommt also das dann halt wieder spawns zum go face togetik dratini gerne noch dratini bonbons farm dratini noch shiny mitnehmen lichtel lichtel bonbons farm ein gutes lichtel vielleicht mitnehmen das ist also auch cool finde ich sogar ich weiß nicht dratini und lichtel für mich zum bonbons farmen eigentlich wichtiger als alola knogger alola knogger aber cool aber am coolsten trotzdem immer noch palim palim chanera gut marmolita guck mal weg auf jeden fall wenn dann würden die ja alle zusammen kommen zum go face palim palim marmolita chanera alola slime togetik dratini lichtel aber auch hier wenn man das abschließt kriegt man die top freundschafts herausforderung es gibt eine überraschung wenn man einen schnappschuss macht auch hier es erscheinen sommerliche pokemon in der wildnis aus eiern und aus raids also vielleicht auch wieder mit kostümen knofensa kann erstmals in seiner schillernden variante gefangen werden hier auch ein neues shiny knofensa immer noch generation 1 das ist besonders cool ich mag wie gesagt äh generation 1 immer noch am liebsten lilminip wird zum ersten mal in pokemon go verfügbar sein es erscheint bei sonnigem wetter und aus 5 kilometer eiern haben wir hier oben schon gesehen kriegt man also auch aus der forschung und dann eben aus eiern und so es erscheint ein besonderes pikachu in der wildnis welches sich bereits auf den sommer vorbereitet hat hier steht jetzt nichts von shiny vielleicht ist es einfach das pikachu mit dem sommerhut das war ja aber schon mal da gab es das sommerhut pikachu schon shiny ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht hier können sie mal reinschreiben würde ich trotzdem aber sagen finde ich immer noch die erste woche am heftigsten dritte woche wie gesagt togedick trattini lichtel sind coole spawns für das go fest knofensa als shiny richtig cool und neues pokemon pikachu bin ich mir unsicher zweite woche stinkt ein bisschen ab gibt es kein shiny dazu gibt es alola knogger halt für das go fest was okay ist aber ansonsten das kampfevent müssen wir noch schauen was da rauskommt aber beim ersten eben das fliegende pikachu neuer pokedex eintrag neues shiny palim palim fürs go fest chanera shiny fürs go fest erste woche also meine meinung nach die lieblingswoche welche woche feiert ihr am meisten schreibt es mal in die kommentare das war es auch jetzt von der kleinen infofolge vier jahre pokemon go wie lange seid ihr schon dabei vier jahre drei jahre zwei jahre eins was ist pokemon go könnt ihr auch schreiben wenn ihr ausversehen auf das video klickt und sagt wovon redet der das war es aber von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhauen euer ramses bis juli bis bis